Ein bisschen schief geraten. Ist nicht ganz gerade. Weiß ich nicht, baue ich jetzt da unten noch eine her? Habe ich eigentlich immer mit gemacht, aber mache ich mal hier nicht, weil das so nah dran ist. Nein. Ja. Ja, die Straße da drüben ist ein bisschen schief geraten. Silvia ist in GW2 on. Ja, schön. Sag mal Hallo von mir aus. Hallo Silvia. Ich will mich zwar nicht hören, aber... Hallo Silvia. Ne. Einmal mal ein bisschen Wasser. So schön mittig durch. Die bringt dich jetzt um. Warum mich? Hey, ich bin doch gerade unschuldig. Ich, ach, ich, ich, ich werde eh immer sterben. Jeder. Meine Freundin will mich immer umbringen. René. Chris. Ari. Ari ist eh immer Traitor. Und da oben dann auch wieder, weil da oben ja dann die nächste Autobahn ist, oder? Die nächste Autobahn dann ist. Würdest du schnell kommen? Ich hole mal einfach mein Klon hierher und... Ich weiß doch, dass ich jetzt stream die Frau. Macht mich überhaupt nicht fertig, die Dame. Überhaupt nicht. So, ähm, ich sehe gerade, dass es echt scheiße ist hier. Wege der Ding. Wege der Zuglinie. Aber das machen wir uns mal ganz anders da. Ähm. Das habe ich ja zuvor auch immer, äh, gemacht gehabt. Nur, wenn wir jetzt nicht unbedingt gerade von Nöten war. Habe ich es nicht gemacht. Schatz, du bist ein Held. Hast du nicht dran gedacht? Was? Gemüse wiegt nix. Hast du Gemüse gekauft? So, dann gehen wir erstmal, bauen wir erstmal hier. Schön sperren nach oben. So ein Schluck. Bock. Bauen wir hier wieder raus. Bock. So. Dann hat sich das Problem mit der Zuglinie erledigt. Wenn die nicht Mu macht, dann musst du Mu machen. Immer wenn ich dran trinke, Schatz. Äh, was? Na, die wollte dir eben einen Vorschlag machen. Und du müsstest ihr mal erklären, was Streaming ist. Ach so. Ah, ich Schatz. Hast du die Paprika dabei? Drei Packungen? Was willst du denn alles versorgen mit der Paprika? Uns. Warum dann drei Packungen? Du isst auch immer das Zeug weg. Du hast was geplant. Jetzt habe ich Angst. Es ist, ja, dann gesund. Dann ist es gesund und griechisch. Dann habe ich noch mehr Angst. Ja, das ist mir klar, dass du mich nur vergiften willst. Hm. Wir machen mal ein Portal. Der passt nicht rein. Der ist ja groß. Ich mache hier den Kleingarten da. Dann müssen wir noch ein paar Palazas. Dann müssten die eigentlich soweit glücklich sein. Mach mal die komische Legende aus. Das ist überhaupt nicht nervig oder so. Dann müssten die erstmal soweit glücklich sein. Ich habe einen Kaffee. Da, mir macht mich auch glücklich. Ich soll ihr erklären, was Streaming ist. Mich mit gesundem Zeug versorgen zu wollen, Schatz. Du gibst es auch nie auf, oder? So. Da konnte ich ja die Zuglinie nicht nach unterirdisch machen, weil da haben wir ja einen Bahnhof. Na, warum ich das so mache? Warum nicht? Warum sollte ich es nicht tun? Macht Spaß. Ist das Ding gerade so? Ja. Nein. Nein. Ich habe meinen Spaß dabei. Ich habe eigentlich keinen anderen Grund dabei. Wäre Natascha irgendwie in der Küche... Nein. Du hast was? Dein Fingernagel. Dein Fingernagel. Oh Gott. Weg ist er. Ja, scheiße. Du und die Gefriertruhe darüber kann man ja auch einen Film drehen, oder? So. Dann bauen wir hier mal ein richtig schönes, fettes Wohngebiet hin. Dann müsste das erstmal, glaube ich, soweit gehen. So. Okay. Dann würde ich hier noch eine Straße bauen. Hier auch noch. Und da oben dann wieder eine Autobahn. Zufahrt. Passt die überhaupt Nati da rein? In die Gefriertruhe? Ja, ja. Die ist groß genug. Da kann man sie schon reinschmeißen. So. Jetzt schaut er momentan aus, als ob er irgendwie kein Wachstum wieder her möchte. Wachstumstechnisch. Nicht so prickelnd. Dock. 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 So. Also mit meinen Rohren. Das ist nicht praktisch. Das ist einfach nur moderne Kunst. Und ich sehe gerade wassertechnisch. Müssen wir mal ein bisschen nachbessern. Brauche ich mal noch zwei Stück hin. Dock. Dock. So. Wie schaut es jetzt aus? Jetzt müssen sie angehen. Oh. 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 Schau. Ui. Oh. Ich verliefer noch mal zwei. So wirklich hoch ist es jetzt nicht gegangen. So. Ich glaube wir brauchen aber trotzdem Wasserpumpe. Noch. Bauen wir einen noch mal eine mit her. Hier ran. Wie. Du hast keinen Anschluss. Jetzt hat es den Anschluss. Geht es ja doch auch wieder gut. Und wenn es hier noch mal Wasser. Okay. Wasser schaut gut aus. Mülltechnisch. Würde ich sagen. Wäre noch. Hier haben wir einen fetten Müllverbrenner. Würde ich am liebsten hier unten. Nochmal eins. Zwei reinsetzen. Nochmal zwei Stück Müllverbrenner. Arzttechnisch. Schaut eh überall ganz gut aus. Bis auf unser neun Gebietchen da. Ja. Schaut gut aus. Hier. Auch gut aus. Feuerwehrtechnisch. Oh. Da sind halt Bäume. Komm. Gar nicht lange rumgefackelt. Große Feuer. Ernsthaft? Nur die Bäume um die Feuerwehr wären sicher? Oh Gott. Polizei. Dann setze ich hier noch eine her. Peng. Schule. Auch noch eine her setzen. Realschule. Oder halt weiterführende Schulen. Peng. Vielleicht da unten auch keine. Doch. Hab ich. Schaut ganz gut aus. Die Abdeckung. Universität. Da haben wir nur da und da eine. Oder unten eine. Wir haben. Ah gut. Wir haben genug Universitäten eigentlich. Da würde ich jetzt da oben aber noch keine hinsetzen. Aber ich möchte Zugverbindungen demnächst machen. Die gehen uns ein bisschen aus. Äh. Busverbindungen. Buslinien. Muss ich wieder ein paar bauen. Da haben wir nicht mehr so wirklich viele. Okay. Ähm. Gebiete. Bitte. Hier soll Handel her. Uh. Langsam gucken. Fängt das spieldezent das Ruckeln an? So. Und hier oben dann auch. Mir fehlen Arbeiter. Ja gut. Wenn keine Leute rein wollen. Kann ich ein wenig für Arbeiter machen. Kann mir den nicht aus dem Arsch ziehen? So mal kurz gezogen. Oder mal kurz gepresst. Ja. Es ist ein Meister. Es ist ein Elektromeister. Oder. Schreinermeister. Ein Kleppnermeister. So. Äh. Ähm. Bup, 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 bup. Bup, 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 bup. Ich häng das jetzt einfach mal so mit ran hier. Wupp. 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 Ui. Ach. Ich nehme mal die großen Pinsel. Dann geht das ein wenig schneller. Tchuh. Wuff. So. Äh. Gut. Franklin Park. Warum ist jetzt da oben Frank? Jetzt steht da oben Franklin Park. Richtlinien. Gibt es so weit gut aus. Was? Planung für Hightech-Häuser muss ich da machen. Wieso Industrieflächen? Hier muss ich in den Chesse. Ja. Wieso Industrieflächen? Hm. Egal. Okay. Äh. Aber was wir jetzt wirklich mal machen müssen. Da unten haben wir. Da haben wir. Da habe ich auch gemacht. Ich habe nicht. Ich hätte gedacht. Ich habe da noch nicht. Hier haben wir auch. Okay. Fehlt nur das neue Gebiet eigentlich. Und hier ein bisschen. Okay. Dann mache ich mal hier. Look. 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 Das Gebiet stimmt. Die habe ich ja wachsen lassen. Die Gebiete da. Dann schließen wir die einfach mal so an. So. So. Ein bisschen verbinden. Die sind nicht mehr gewachsen. Hier unten. Hier oben ist noch gewachsen. Würde ich jetzt einfach mal. Ich hoffe das funktioniert. Oh. Das ruckelt jetzt ganz schön auf einmal. Warum ruckelt denn das so? Böses Spiel. So. Und da ran. Ja gut. Das kleine Eck da. Das lohnt sich nicht. Aber hier das Eck. Da auf jeden Fall noch. Das würde ich gerne noch verbinden irgendwie. Das würde ich dann auch da mal so mit ranhängen. Ja. Hier. Da. Und dann fährst du mal da her. Und hängst dich selbst da noch ran. So. Und dann über die Autobahn wieder. Hier her. Dann müsste das funkt. Ja. Schaut doch gut aus. Dann hängen die auch komplett dran. Haben die eigene Linie bekommen. Na gut. Dann fehlt echt nur noch das hier oben. Fehlt nur noch das hier oben. Und das hier. Aber das regeln wir gleich. Warte mal. Ja. Nicht böse sein. Kommt doch gleich wieder. So. Mach das einfach mal nicht so. Fahren wir mal. Oh nein. Da hab ich mich da verbaut. Richtig blöd. Muss ich die Linie so machen. Habe ich mich auch verbaut? Böses Krox. Verbaut sich hier. Geht ja mal gar nicht. Bauen wir hier einfach wieder eine Verbindung rein. Hier so. Einfach mal da durchgehend. Da wieder runter. Die Bushaltestellen da ran. Und hier dann den Abschluss. Linie abschließen. Ruckel, ruckel, ruckel. Ja warum ruckelt denn das heute so? Oh, was hat denn mein CPU? Der geht auf. Der knallt voll hoch heute. Löffet irgendwas im Hintergrund. Was ich wieder nicht weiß. So. Dann haben wir das. Das würde ich jetzt auch einfach hier nochmal. Anschließend ganz. Entspannt. Da so. Zack. Ohne großartigen Stress. Da so. Peng. 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 Ein paar Meter können sie nämlich laufen. Die kriegen sie gelaufen. Äh. Würde ich hier noch eine, äh. Hier noch eine Verbindung so hoch, äh. Mit dem Gebiet einfach mal so machen. So. Dann hier an die Haltestellen ran. Und das hier so durchlaufen lassen. Oder abschließen wieder. Genau. Genau. Und hier geht es ja eh erst darüber. Okay. Dann lassen wir einfach hier einmal komplett rumlaufen. Hier so. Einmal komplett durchlaufen. Können wir ja immer ein paar Linien mehr machen. Das ist ja nicht schlimm. Das finde ich sogar eher ein bisschen besser. Weil dann ist eine Linie nicht so extrem lang. Ich darf keine Haltestelle mehr dran. Das ist ja doof. Hauptstraße keine Haltestelle. Das ist doof. So. Wobei dann schnell mal so schlecht eigentlich. Weil die Busse blockieren dann die Haltestelle nicht. So. Dann hierher. Da habe ich noch eine. So. 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 Ist da vorne wieder ran. Fahr über die Autobahn. Genau. Bup. Fertig. Jetzt haben wir das auch alles vernetzt. Ich könnte mal einen echten Hafen bauen eigentlich irgendwo ran. Aber wo müsste ich den dann bauen? Ach hier vorne. Das haben wir ja schon gesehen. Hier unten vorne irgendwo. Außerhalb der Baugrenze. Werde ich nicht schaffen. Darf ich nicht. Nein. Werde ich nicht schaffen. Oh. Schon wieder Nacht. Wart mal kurz. So. Hoff das funktioniert jetzt besser. Jo. Schaut doch gut aus. Schaut doch eigentlich echt gut aus. Gut. Ein paar Arbeiten hier. Da. Ja. Nicht genügend Arbeiter. Aber die müssen halt erstmal reinziehen. Weißt. Auf der einen Seite will hier ganz viel Gewerbe her. Auf der anderen Seite. Wo soll ich den Unterkippen? Wo soll ich den her zaubern? Wo soll ich den her zaubern? Die Industrie auch. Aber hier haben sie ja das gleiche Problem. Dass nicht genug Arbeiter da sind. Vielleicht sind nur in dem Eck nicht genug Arbeiter da. Kann auch sein. Kann auch sein. Mal kurz. Äh. Soll ich das mal in den Kühlwagen stecken? Nein. Anwenden. Auf der Seite funktioniert das besser. Der ruckelt mir heute sehr stark. Der ruckelt mir heute sehr, sehr stark. Das Spiel. Ist letztens nicht so gemacht. Der Ölindustrie wäre eine richtige Entscheidung. Genau das, was wir brauchen. Ja, ich wäre ja froh, wenn ich Ölgewerbe irgendwo dort hinsetzen könnte demnächst. Ähm, aber bevor wir hier jetzt ewig rumschnachseln. Kleiner Kreisverkehr. Kleiner, 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 kleiner Kreisverkehr. Kleiner Kreisverkehr, kleiner Kreisverkehr. Kleiner Kreisverkehr, Twitch auch. Joho. Ah. Hier bei mir spiegelt, äh, ruckelt heute das Spieljelzer da zum Beispiel so. Gehen immer kurze Frames anbrüche. So, zack, zack, zack. So. Ah. Bump. 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 So. Dann brauchen wir, ich mach mal kurz die Raupe, um wieder alles abzureißen. Hier. Und da, da kommt ja dann eh wieder die Autobahn. Außenrum rum. Außenrum rum. Ähm. Die können wir ja dann auch noch bauen. So. Peng. 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 Hier noch. Muss ich da vorne oben eigentlich wieder ein Kreuz bauen, oder? Ort ist belegt. Ich hau dich gleich mit Ort ist belegt. So. Schaut zwar komisch aus, aber naja. Doch, ich muss hier dann wieder ein Kreuz bauen. Autopunk, Kreuz. Hm. Mach ich ja sehr gerne immer. Hier rauf weiß ich nicht, ob ich da was baue. Aber hier wäre halt Öl. Da könnte ich eine kleine Ölindustrie wirklich herzaubern. Passt ja irgendwie fast perfekt. Okay. Äh. Mal kurz. Dafür gehe ich mal kurz in den Pause-Modus. Das hat mittlerweile viel Bewegung in der Stadt drin. So. Autobahnkreuz. Wupp. Wupp. Komm. Komm. Muss es weiter runter bauen. Da noch ein wenig abreißen. Mal kurz ein bisschen rauszoomen. So. So. Gut. Autobahnkreuz gebaut. Äh. Gleich mal hier. Zack. Hier geht es runter. Hier geht es rauf. Dann upgraden. Ne. Dieser Ort ist belegt. Ich hau dich gleich. Dass immer die Orte belegt sein müssen. Oh. So war das nicht geplant. Äh. So. Okay. Dann. Einmal. Ne. Nicht so. Einmal. Zweimal. Upgraden. Ähm. Immer ein Gegensatz des Uhrzeigersinns. Muss ich meine Straßen bauen. Das darf ich nicht vergessen. Ich hab da nicht Autobahnkreuz schon mal verhunzt eins. Warum willst du denn nicht? So. Äh. Will nicht. Will nicht. Ja. So. Dann hier noch. Upgraden. Schatz. Ich seh dich. Will mir was zeigen. Oh weh. So. Äh. So. Äh. Ja. Perfekt. Autobahnkreuz. Abbild gebaut. So. Hab ich. So weit. Das ist gut. Hingezaubert würde ich mal sagen. Hier kann ich dann wirklich noch Ölindustrie hinbauen. Wenn ich möchte. Was sogar perfekt wäre. Weil da eh die Bahnlinie ist. Unser Erdhaufen. Leider nicht ganz funktioniert. Wie ich es mir vorgestellt hatte. Alter. Das schaut schon cool aus mit dem Wasserbecken da. Guck mal. Das schaut schon echt geil aus hier. Mal hierher. Gefällt mir schon. Gefällt mir schon. Und dahinter dann. Ja. Schon passt irgendwie zum Wasser. Ja doch. Gefällt mir. Aber hätte ich das eher gewusst. Hätte ich das öfters verwendet. Die Stege da. Finde ich irgendwie cool. Nämlich hier so. Warte. Okay. Okay. Er will nicht. Finde ich schon irgendwie cool. So. Zack. Gewinnst du eigentlich ein bisschen Baufläche. Und hast so ein richtig schön. Ah. Es gefällt mir. Du kannst ja das Zeug auch so schön drauf bauen. Noch wie hier. Die Wasserpummel. Man sieht es ja ganz gut. Achso. Ich sollte mich vielleicht weiterlaufen lassen. Okay. Die Stätte hier hinten füllt sich langsam. Was ich mal mache. Ist mal Bürogebiete. Mal Bürogebiete. Statt immer nur. Einmal. Hier so wirklich. In die Fläche Bürogebiete hin. Aber da muss ich Hochhausverbot reinschmeißen. Und hier haben wir auch noch Wohnfläche. Ich glaube deswegen fehlen die Arbeiter. Äh. Weil Hochhäuser will ich nicht. Äh. Stadtplanung. Hochhausverbot. Danke. Ja. Schaut gut aus. Und wird sofort gebaut. Und hier ist die ersten Büros. Drei-Zack-Buchhaltung. Die hier Ölindustrie wäre schon nicht schlecht. Wäre schon echt nicht schlecht. Vielleicht baue ich das sogar wirklich gleich schon mal vor. Ein bisschen vorbauen. Aber halt auch nicht so groß. Die Ölindustrie. Vielleicht bis daher. Oh scheiße. Es war zu weit. So. Ein bisschen Ölindustrie. Ich glaube das ist echt nicht schlecht. Äh. Ist halt jetzt doof hier mit der Bahn. Linie. Hier. Güterbahnhof. Ist schon ein bisschen blöd. Ich mich jetzt da anschließe. Da anschließe. Hier nach oben. Okay. Ich habe den Zug verpackt. Und den Überbau. Und den da dann anschließen. Dürfen sie sich nicht blockieren glaube ich. Hoffe ich. Ich habe den. Alter. Was habt ihr da gemacht? Oder hoffe ich jetzt echt mal. Dass sie sich nicht blockieren. Hier ist die Verbindung nach unten. Hier ist die Verbindung nach in die Richtung rüber. Hier ist die Verbindung darüber. Rüber. Okay. Müsste funktionieren. Hoffe ich zumindest mal. Kann ich hier eine Ölindustrie hinbauen. Okay. Bauen wir hier dann eine Ölindustrie hin. Wie gesagt. Keine große Ölindustrie. Nur so ein bisschen. Habe nicht allzu viel vor. So. Das reicht vollkommen. Es fährt auf jeden Fall schon was hier rauf zum Bahnhof. Was mich gerade eher wundert. Ölindustrie. Weiß nicht. Können wir ja mal einen Arzt mehr herbauen. Ein Krematorium können wir auch herbauen. Kein Thema. Feuerwehrstation. Feuerwehrstation. Wichtig. Ganz doll wichtig. Polizeistation. Ja. Können wir auch eine herbauen. Die setze ich einfach mal daher. So. Schule wird es hier nicht brauchen. Aber natürlich auch Palazas wieder. Mach ich einfach mal so. Vielleicht schaffe ich den Strom zu überbrücken. Mal ein paar mehr. Äh. Hat einen Schluck gefehlt. Mist. Äh. Was aber nicht tragisch ist. Weil ich ja momentan erinnere mich. wirklich was wächst. Aber das machen wir gleich. Äh. Da. Neues Gebiet. So. So. Ein bisschen größer rausziehen. Oh. Hier noch einen Schluck raus. Ja. Äh. Reine Ölindustrie. Elisabeth Park. Industrie. Ja. Industrie. Mehr braucht es nicht. Äh. Dann kann ich da eigentlich schon ein wenig bauen lassen. Will ich einfach mal da bauen lassen. Ja so. Die zwei Ecken da. Okay. Dann springt der Strom auf jeden Fall. Überhalter. Warum wollten auf einmal so viele Leute irgendwie denn wieder in die Stadt rein? Back to City. Weil ich die Büros gebaut habe. Oh. Können das an den Büros liegen?